Herzlich Willkommen im Fridizianum. Mein Name ist Moritz Wessler. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen erstelle ich und erarbeite ich das Programm für die Kunsthalle. Wir befinden uns im Café des Fridizianum im Mimikry. Das ist eine neue Installation der Künstlerin Kerstin Bretsch, die sehr bunt ist, bei der es um die Geschichte des Planeten Erde geht, aber auch um Malerei Theorie, eine sehr bunte Installation, die speziell hier für das Haus entwickelt wurde. Das Fridizianum präsentiert Einzelausstellungen, vorwiegend Einzelausstellungen zur Kunst der Gegenwart, insbesondere Positionen, die noch nicht in Deutschland zu sehen waren. Aktuell zeigen wir eine Einzelausstellung des Künstlers Roberto Cogui, ein Etiener und darüber hinaus wurde vor kurzem eben Mimikry eröffnet, worüber wir uns sehr sehr freuen, die Installation von Kerstin Bretsch. Kerstin Bretsch Kerstin Bretsch Wir bieten ein sehr vielfältiges Vermittlungsprogramm an, für junge Besucherinnen und Besucher, aber auch für Erwachsene natürlich. So haben wir beispielsweise Führungen hier im Haus, aber auch Workshops jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr. Kerstin Bretsch Kerstin Bretsch